Wir haben bis heute zu diesem Vorstellungsjahr in den 56. Juli ist im Nehheim. Ja, ich glaube, ich war nie so aufgeregt von der Vorstellung in meinem Leben. Das ist tatsächlich, das habe ich auch unterschätzt, was anderes, wenn man zu Hause steht. Das habe ich letztes Mal 1985 gemacht, irgendwo in Verstockung. Das ist ein unfassbar besonderes für mich und ich möchte da ein paar Leuten danken. Also erstmal den Reihen, die da einfach so zugesagt haben, die hier mit mir stehen, die nicht nachgefragt haben, die mir nur mal kurz, wo ist das sauer, dann ist es da, ich weiß nicht. Ich frage mich. Und wenn ich jetzt wirklich hier stehe, das ist für mein Befinden wirklich ein kleines Wunder, weil das ist eine unglaubliche Arbeit hier, das steckt auch, wenn es hoffentlich ganz leicht aussieht. Und da möchte ich ein paar Leuten danken, all voran Kirsten Minkel, die das unfassbar professionell organisiert hat. Zusammen mit Manuel Kierow, der hat immer... Applaus 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 Egal. Also Kumpel ist die Leute auf, ich bitte euch alle auf die Bühne zu kommen, weil es unterbremst, wer das nicht im Alltag ist. Einmal Yannick Rossmann, Tino Heinz, Kurt Kumpel, Yannick, Professor Michael über ihn und Sounds financial. Sönierhardt Cavill, Dieter Kumpel, Secretary, Gerd Dimm, Alex Hüste, Axel Schubert, Franco, Anja Falkone und Theresa. Vielen Dank.